Wo ist eigentlich das mit der Kiste? Das ist mein Card. Ah, ist klar. Was? Auf dem letzten Stück? Du glaubst nicht... Hallo Leute und jetzt willkommen zur 32. Folge Let's Play und Blockland. Jo, letzte Folge hatten wir Spaß mit meinen Cards, ey. Mein Cards! Mann, ich brauch Power Raids. Ja, ich crafte dir jetzt, weil ich gewartet. Schirr mal dein Leben. Woll nicht rum. Ja, ist so. Na ja, eigentlich kommst du immer rum. High Five. Scheiße, ich hab dich nicht getroffen. Hier, ein Stickkoppel hier. Die Kraft. Was? Das brauch ich nicht, Mann. Warum hast du das dann gemacht? Das hab ich nicht gemacht, das war Armin. Würde ich mal sagen. Das mit dem Cleanstone. Ja, du weißt. Guckst du. Geil, oder? Ich lass die jetzt hier liegen, ich brauch die nicht. Ich auch nicht. Ich pack die irgendwo in die Kiste. Haben wir überhaupt so eine Kiste dafür? Ich wollte nur Cleanstone auftragen. Äh. Willst du, wenn du ne Spitzhacke reparierst, zum Beispiel ne DIR Spitzhacke oder so, wie reparierst du die? Mit ner anderen Spitzhacke oder wie? Mit deiner modernen. Man kann die nämlich auch mit einem DIR oder so reparieren. Ich weiß. Mit einem DIR? Ja, mit einem DIR kannst du dich Stück für Stück dann halt reparieren. DIR für DIR, weißt du? Wie geil. Ja, so mach ich das eigentlich. Ähm. Ja, ich... Gold. Ich hab mal Bock, wieder mich entfernen zu reiten. Ich brauch Sticks und kann mir mal irgendwie Sticks geben, dann kann ich dir ja Schienen geben, Armin. Äh. Ja, ich hab Sticks. Sticks. 39. Das ist ein neues Deichen. Dann mach ich den. Ja, du musst doch verstehen wie das. Äh, Moment mal. Lef 2. So, Marks Pferd hat ne Diamantrüstung. Mein Pferd hatte ich denn die ganze Zeit nicht, die Diamantrüstung? Ja, meinte ich ja. Meins auch. Armin, soll ich deinem Blockland-Pferd auch eine geben? Cool. Ich hab nämlich jetzt noch eine. Tadaa! Wir haben 18 Schienen hier. Ah. Und das fährt wieder. Olivers Pferd hat schon wieder unser BZ trampelt. Alter, ich rast gleich auf. Mann, pack das Scheiß Pferd zu den anderen Pferden. Ich hab kein Seil. Äh. Haben wir nicht genug Stoff dafür? Oder doch, hol mal Slimes und Faden. Ja, ich hab grad so. Du, ich guck Armin zu, wie ihr was zu tun hat. Scheiße, Pener. Pener, ey. Jetzt werd ich mir das geben können. Oh, jetzt ist er drin. Hehe, lol... Eins. Und... Ich brauch Dingens. Was Dingens? Äh, hier Dingens am Birdball. Bench. Warte, ich hol dir eine. Hab schon eine. Tadaa, ich hab da einen. Hier steht sogar eine, Armin. Echt jetzt? Zu faul. Fauler Sack. so bin ich ja so ist armin komm mit scheiß fährt er mir eine sache noch zu was sagen wir die mann fehl klar jetzt reißt erst mal schon die leine was muss hier das hässliche ding ab krass wie das gerade aussieht irgendwie komisch aber es ist bestimmt so jetzt sieht das etwas besser aus guckst du ja max fährt es nicht mehr angeleint ich leine die mal alle an einer leine an warum das nein so ein pfahl warum das witzig wieso nein macht die mal vernünftig man die sollen alle ihren eigenen fall haben wir haben schon genug stoff dafür stoff brauchen holz mag kannst du schon mal testen ob von unter einer leere lobe hier oben ankommen würde ok ich würde einfach ich fahr jetzt einfach mal die Linie runter mit meinem dann schicke ich das gleich wieder hoch und ich bin auf dem Weg nach unten also runterkommen auf jeden jetzt bin ich auf das Fernsehen anstehen hier jetzt rück ich mir auf den Knopf und gucken ob es dann bei dir ankommt oder was fährt es wohl außenseiter das hat hier unten schon noch viel zu wenig Power wenn du auf den Knopf drückst da müssen ein paar schienen hin aber ich komme bremsen 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 doch ok wo hatte ich versucht dass mein kart zu bremsen nein warte bleib kurz was hat das überhaupt sekunde ich tu einfach mal da im Buch denke es kommt hoch ne und es landet da wo es landen sollte es ist ja mit mir hoch gekommen also müsste das ja mit jetzt auf dem gewicht also ich meine da kommt es viel besser hoch als leer ok dass ich weiß ich einfach mal die sich falls mal kurz die speedstecke runter um schnell unten zu sein hallo zum b ich weiß es ist ein er hat da hätte das passt jetzt steckt aus und bis jetzt der Kuh eine Freude sogar schon das wird zwar hier schon ziemlich knapp das geht ich würde hier mal da noch in den Nenä und da noch weil da war das schon übelst langsam so jetzt müsste das reichen mal gucken jetzt nur das mal dann bleibt immer das stehen ich schick's jetzt los das wird langsam wegen der Kurve aber es kommt gerade noch so weiter es ist aber krass langsam alter es ist stehen geblieben ich sag jetzt klar da drauf ok bau du mal ein bisschen um dann sag wenn ich es wieder losschicken soll ich bin bereit das abzuschicken ich kann Olivers Pferd ja eine goldene Rüstung geben Gucken wir mal bis jetzt an weißes Pferd goldene Rüstung passt auf das ist nicht okay ähm ok das funktioniert wow ok nächster Test ok kannst rollt ok sieht gut aus sieht schon mal besser aus ja mann ja komm doch gerade so hoch ok ey wir laufen hinterher das ist oh verdammt warum hab ich nur ein Minecraft dabei warum bin ich nur hier hochgegangen hm weiß ich auch nicht warum wir hier hochgegangen oder warum wir hier hochgehen ich kann nicht so hoch rennen ja das ist scheiße wir hätten eine andere Strecke hochgehen sollen äh das war aber unsere eigene schuld ok jetzt bleibt hier hängen dann muss es hier nochmal gepushtet werden hier bleibt es auch nein nein ähm vorsicht ich bin geleist so hat man bemerkt ach guck schon yeah ich schick's dir nochmal hoch wir brauchen definitiv mehr Power Rates wir brauchen mehr Gold ich schick's dir nochmal hoch mal gucken ob's jetzt passt nope und ich schick's dir jetzt hoch jetzt fährt's hoch also die Strecke hoch äh Leute es kam direkt wieder runter hä keine Ahnung ich hab's nochmal irgendwie versehentlich angestubst es fährt auf jeden Fall hoch jetzt ah jetzt und wo ist eigentlich das mit der Kiste das Minecraft ist klar was auf dem letzten Stück du glaubst nicht wo es festgehangen hat oder wo es jetzt steht nein ich hab mich zu dem falschen Zippet nein warum hat er auch gleich damit geht ohne Scheiß ohne Scheiß ist wirklich so ist genau dahin geblieben ich glaub wir brauchen hier noch ne Power Rates haben wir noch eine ne drei noch ne ich ja dann müsste das so passen aber weißt du ohne Scheiß ich schick's dir nochmal hoch geht nein nein lass es jetzt hier ist es die Strecke selbst da geht ja schon ich stand grad so in dem Pferd drin das ich den Mund gesehen hab das hat ziemlich komisch aus hä ne meinst du mich jetzt na ne das sollst du einfach mal mit Feuerkraft oder gegenfahren ja da habst du noch einen Test ne ist der Test naja man warum ist dieses Glocken hier naja ich weiß schon dass das Glocken da ist Leto ha oder was oder was der Leto also ach so der Creeper ja das war ich der unauffällige Creeper alter ich dachte mein Headset wäre jetzt ausgegangen ausnahmsweise mal nicht sind jetzt nicht glücklich scherzen ja warte jetzt was passiert wenn es jetzt kann man das nicht von der Seite machen hm hm das Skeletch ist ein Zombie warte wir brauchen irgendwie einen Scheißbierer da so ein Hebel ich mach mir eben so ein Hebel wir gucken ob das dann überhaupt ähm jetzt da um die Trümel land kann ja aber dann blockiert auch der Töchter passt ja ok so blockiert der natürlich nicht aber hier ist wenig Power ähhhh hast du noch Raids? wir müssen da hinten einen wegnehmen sieht dann sowieso synchron aus jetzt hab ich eine passt warte warte nee nee etwas hat er vor ich würd sagen hier ich würd hier neben der eingehen ja hier würd ich sagen äh das ist recht locker das müsste auch rechnen nein 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 bleib hier neiii so hm ich fahr gar runter Moment jetzt müssen wir unten gucken ob das äh überhaupt reicht die Striche also äh wenn das Minecraft unten ob das überhaupt runter kommt klar warte ich schick's dir nochmal hoch dann kannst du es runterstecken Minecraft los ich bleib hier unten an der Station stehen alles klar hm alter wer hat sich dick genannt ich nicht äh guck mal ein Chat ja Nachtblüte was nee doch Nachtblüte heißt das ich hab mir ein bisschen nachgeguckt so ich stecke jetzt ist Minecraft äh los ok wieso kann er eigentlich seinen Nicknam ändern äh das ist irgendwie noch hab ich noch nicht konfiguriert ja ist klar genau ein Block vor dem Gefälle hängst ok das ist für mich auch treu ne ich versuch mal hier eine wegzunehmen wir müssen jetzt vorne und hinten sparen warte guck ich hab noch 4 Gold wenn mir noch jemand 2 Gold geben kann kann ich noch 6 Schienen machen also Power Ways ich hab da was ich nehm nur 2 Gold hm hm so was heißt so jetzt dürfte es klappen na ok dann versuch's nur mal ich sag dir wenn's hier unten ankommt oh Enderman wenn er das Minecraft nicht mitnimmt ist alles ok ok Nanos was muss es nicht tun aber ich hab's noch einmal gehört ich ah ok Nanosaber wird das nicht passiert doch 2 Nanos wenn wir noch nicht machen oh das schon aber es wäre dir nicht passiert dass der abgehauen wäre der hätte keine Zeit dazu gegeben weil es sind 2 Schläge tot ja jetzt wird's runter ok ich sag dir wenn's ankommt ich höre ein Minecraft das ist aber noch nicht da ja ok hier hängt es fest hm ich denke es auch das wir haben uhr ja ich würd sagen ja ja da ist ok das noch mal gucken ne hier vielleicht ja das nein ne ne die wandern da ja genau nein mein Gott jetzt war's Ich hab nur ne Fackel. Hol mal den Hebel daraus. Warte. Ja, genau. So. Hat sich die Sache. So. Okay, gehst du hoch. Ja, ich probier's ab hier einfach aus. Ich lass es einfach im Gefälle einfach runter. Okay. So was kommt. Ich sollte mal von der Strecke gehen. Okay, komm, wir nehmen hier die eine weg und gucken, ob das klappt. Setz mir die da hin. Hast du nur ne Redstone Fackel? Nö. Dann setz den Hebel dahin. Improvisieren. Nein! Okay. Warte, wir haben Redstone hier unten. Warte, ich hab Redstone und Sticks dabei. Fällt mir grad auf. So. Okay. Armin? Hallo? Ja? Hallo? Bei mir gibt's irgendwie grad nen Skype-Fehler, du wirst nicht mehr angezeigt bei Skype. In dem... in dem Anruf. Da wird nur noch Liter angezeigt. Hä? Deswegen hab ich gefragt. Mach mal ein paar. Aber es funktioniert noch alles. Sag, Maxik. Nein, es gibt nur irgendwelche komischen Fehler, dass Armin nicht mehr angezeigt wird in dem Anruf. Weißt du, du kennst ja das mit den Bildern. Da ist nur noch ein Bild von dir ohne Scheiß. Laptop. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Fail hatte. Außerdem, das hat nichts gegeben. Mein Laptop ist gut. Ja. 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 Okay, ich schick's dir hoch. Jetzt muss es nur nach oben ankommen und dann nochmal ganz runterkommen. Dann hat's die Tests überstanden. Vielleicht setz mal eben eine Booster-Rail um. Das war ein bisschen zu langsam, fand ich. Hast du noch eine Red Sound-Dings? Klar, kann ich kurz crashen. Ja. Du bist so schlau, ne? Nicht meine Schuld, Mann. Ich hab gedacht, du stehst vor mir. Ich hab's in den Stück gekräftet und rausgeworfen, Mann. Ich renne jetzt hier hoch. Ja, ist irgendwie besser, ne? So, ich schick runter. Okay. Ja, ich seh's. Jetzt kommt. Ja, man läuft übelst flüssig. Läuft. Und... Kommt an. Perfekt. Richtig geiles Minecraft-System hier. Okay, hast du, wo ist das Minecraft mit der Kiste drin? Oh, ich hab's auch gebaut, er hat sich davon getrennt. Ja, dann muss das einfach nur in das Crafting-Feld tun mit der Kiste. Dann hast du's wieder in den Kiste, Michael. Ja, Güte, Laura. Okay, ich schick mir die hoch. Nur so als Test. Warte, warte, warte. Ich geh's mal hoch. Ich geh's mal hoch. Okay, jetzt mach das. Warte, ey, willst du meinen Minecraft neben mir hochfahren? Nö. Jetzt wird's zu spät. Kannst du die jetzt schon hochschicken. Na, okay, ich schick's hoch. Knacken. Er will das Pferd von Oli mich eigentlich verarschen? Hm, ich hatte gleich. Er ist versucht, über einen Zaun zu springen. In den Garten. Ach, sie mutet? Kurz. Ist das so... Rum? Ja. Erfolgreich. Ich schick's runter. Alles klar. Dann, wenn's hier ankommt, Test 100%, beendet. Erfolgreich sogar. Erfolgreich. wenn sie ankommt jetzt das Bild wird es zu gehen wir sind ich höre uns so richtig schnell hier ist es angekommen bei jeder Nessers nicht wenn ich bei einem perfekten Moment die Folge zu beenden ja genau e dann bis zum nächsten Mal wenn sie da ist letztlich ein Block lernt Scholler Schär